einen wunderschönen guten tag ich melde mich nur ganz kurz bei euch um euch mitteilen zu dürfen es wird bald mehr content geben mehr guten content okay man gab es mal hier schlechten content okay immer nein es wird bald wahrscheinlich mehr content geben auf allen kanälen alle kanäle meine ich damit committainment committainment ist mittlerweile quasi der verbund von allen meinen kanälen womit ich euch mit content versorgt darunter gehört einmal komische casinos wo es dann dementsprechend slots streams gibt und daneben die in kochen brusher der gerade eben aber leider wieder noch in arbeit ist aber den wird es dann 24 7 für euch dort zur verfügung geben eben unterbrochen von slot streams wenn mal es kommt ansonsten wird es dort 24 7 dann für euch programm geben auf twitch dann wird es natürlich hier weiterhin den komiker 91 kanal geben mit den verschiedensten videos auf das was ich gerade bock habe von reviews über irgendwelche let's plays siedler 2 habe ich mal wieder bock weiter zu machen da ich ja jetzt eine bessere internet leitung habe ist das jetzt auch ein bisschen einfacher die videos hochzuladen anstatt nur ja vorher mit meiner kleinen leitung ohne glasfaser beziehungsweise mit glasfaser aber mit der leichteren weniger leistungsstärkeren leitung sage ich jetzt mal ja zudem habe ich ein bisschen in der technik aufgerüstet wie man sehen kann es ist ein echter greenscreen mittlerweile hinter mir er ist noch nicht perfekt muss ich sagen aber es ist immer noch besser als vorher denn man sieht jetzt zum beispiel die dinge die ich in die kamera halte auch rechts und links wie zum beispiel hier halte ich das jetzt in die kamera man sieht das jetzt anstatt dass das verpixelt ist und nicht immer direkt vor mich halten muss also es kommt ein bisschen dazu und ich werde auch noch weiterhin in den kanal investieren ich freue mich natürlich über jedes follow über jedes like was ihr gebt und sonstiges und ja es spornt mich einfach an weiter zu machen und allein die twitch streams machen mir sehr viel spaß sei es mit krause tv sei es alleine mal kurz streamen machen freut mich einfach bombastisch dass es die möglichkeit gibt sowas zu machen ja das war es wenn ich im großen und ganzen es wird auch demnächst noch ein kleines video folgen bei dem ich komitee komplett mal erkläre bei dem wir durch die webseite auch mal durchgehen die mittlerweile auch neu designt wurde bergen jetzt schon vorbeischauen möchte gerne machen komiker 91 punkt de einfach vorbeischauen gerne mal umschauen was alles so gibt da kommen auch regelmäßig mittlerweile ein paar news sei es über games sei es über das was bei komiker 91 beziehungsweise bei komitemen bei dem komplett paket passiert alles ich möchte euch einfach damit ein bisschen unterhalten ich möchte damit nicht groß werden oder sonstiges ich möchte damit kein geld verdienen ich mache das weil es mir spaß macht und ich gemerkt habe es macht auch vielen von euch spaß mir zuzuschauen und das ganze eben ja so ist es halt ja ich danke euch auf jeden fall und hoffe euch bald wieder sehen zu dürfen sei es im twitter stream sei es hier in einem kommentar sei es im discord wenn ihr mich einmal kurz anschreibt dass ihr sagt hey komiker kannst du mir kurz dabei helfen überhaupt kein problem überhaupt kein problem ich bin eigentlich immer erreichbar war es immer das ist eigentlich das große und ganze was ich euch erzählt wollte kurz in diesem kleinen ausschnitts video und ja es wird demnächst dann losgehen mit den weiteren videos und jetzt kann ich mich auch endlich richtig hinsetzen ihr habt ihr gesehen ich hatte damen besuch ja ich nehme euch mit zu meinem damen besuch ja das war es im großen ganzen und ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten mal ja es ist ein bisschen ungewohnt dass ich hier mit kopfhörer zu sehen bin normalerweise ist das ja die video aufnahme da habe ich nie kopfhörer auf warum sollte ich auch körper haben ich muss nichts hören warum habe ich jetzt kopfhörer auf man ist kann nein erklärung kam ja am anfang weil ich genau nach dem streamen einfach lust hatte doch das durch mitzuteilen dass was hier passiert und ja für die leute die eben nicht da war dass die eben sehen was noch passiert oder hören was noch passiert hier den ganzen kanal beziehungsweise mit komitee mit allgemein und ja eine genaue erklärung was komitee mit ist kommt auch keine angst kommt noch und ja ich würde sagen wir sehen uns das nächste mal und danke und jetzt abschalten geht jemand laut normalerweise katz vorbei